Aber nicht als nächstes, das ist dann alles digital, oder? Das Spiel ist ja nicht so teuer an, wenn du Geld hast, wenn du so viel Spiel direkt dabei hast. Aber die sind nicht für einen Händlernamen, also wenn du jetzt wirklich... Ach ja doch, die kennen ich. Die sind... Kannst du vertrauen. Ja, 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 genau, ja. Ja, die sind sehr höchst, ja. 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 Nö. Nö, das hier, das sind nur Filzspiele. Auch noch. Und wenn du mir jetzt noch sagst, das Headset, dann würde ich aber zuschlagen, wenn du das Geld hast. Ja. Boah. Mulek. Meine Frage kommt schon hin. Wir machen gar nicht, wenn ich shoppe. Kein Sinne, ich gleich von ganz kurzen Minuten dann auf lautlos stelle. Aber ich bin dann weiter am Zocken. Nur kurz Mikro aus wahrscheinlich. Oh Mann! Du hast gar keine Zeit mehr für mich. Ja, wenn das shoppe geht... Jetzt muss ich... Ich muss jetzt den Postboten weg, weil du da keine Zeit hast. Ja, wenn das shoppe geht, ich muss wieder heimbleiben. Ja. 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 Ja, geil. Abseits, raus. Ja, genau, da ist doch den Standbekan. Ja, aber für den fette Bundle ist ja krass. Ja, das ist jetzt echt nicht teuer. Also klar, da muss man natürlich noch mal rechnen. Aber du hast ja gar nicht mehr aufgehört beim Aufzählen von Spielen. Also von daher... Ja. Oder heißt das vielleicht, du kannst dir eins davon... Ja, das... Ja. Tja. Ach, wo laufe ich rum? Im Absatz. Heiii. Boah, Mann! Ich habe mich jetzt noch größer gemacht, die ich da oben noch... Äh, die ich da oben heute moin. Ich bin jetzt, glaube ich, 1,84. Okay, ne? Ja, ich wollte gestern am Ende eins... Genau. Äh. Dann kannst du eigentlich keinen Kopfball mehr... Äh... Ja. Okay. Okay. Ich versuche, wenn sie kommen... Ach, das gibt's doch nicht! Oh, jetzt hat er auch wieder so einen Bonus angezeigt. Scheiße. Äh, ich stelle mal ganz kurz lautlos, ne? Ich bin aber auch voll da. Jo. Die Frau. Ja, ne, also... Also, wenn du das Geld hast... Schlag zu. Also, besseres Bundle... Kriegst du nur und so. Ach so, das stimmt. Ja, okay. Ich hab gedacht, du spielst jetzt bei deinem Bruder, weil du meintest, so weit ist irgendwie irgendwie... Und da oben. Naja, hat gemeint, wir haben ja eher nach Schwor, der sucht die ganze Zeit, aber... Jo, der gibt dir so viel nicht aus, ja. Ich hab das doch mit mal gefragt. Ist irgendwie mal ein Fremdes im Garten. Die schweigen... Da hätte er können pfeifen, ne? Ja. Ja, aber man meinte, das war so eine Kräne Schwalben-Taste, so wie damals, ja. Das sollte das nicht sein. Ja. Lässt er sich dann fallen? Oder... Ja, wenn du schön schwalben konntest, ja. Wieso hat man sowas rausgenommen, ja? Das gehört doch zum Fisball dazu. Oh, schön verlängert. Ja. Ja. Ja, es ist ja genau dasselbe wie mit, ähm, ähm, äh, hier mit dem, jo, SS-End, aber das könnten sie auch noch ein bisschen besser umsetzen. Oh, Mann! Ja, ich weiß. Ich bin ja da schon so tot. Ja. Ich wusste natürlich, äh... Ja, aber jetzt, komm. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das geht doch noch echt nicht. Ey, das geht doch noch echt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, scheiße, ich hab doch gedrückt. Boah. Ah. Du musst natürlich dir den Ruf, äh, weiterhin harter arbeiten mit dem Schwanz. Jetzt. Eiii, schau sie tot. Du bist ja genauso. Mann! Ich find das so schön aufgelegt. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, äh, das Spiel ist nicht überhaupt nicht besser heute, oder? Die sind, die sind auch irgendwie schneller. Ja. Ja. Also, es ist besser. Gut, ich muss jetzt sagen, ich habe natürlich fast 20 Kilo mich jetzt abspecken gelassen. Ja. Aber keine Ahnung. Aber du kannst schon bei diesem, äh... Boah. Klicke. Du kannst ja da auch dann diese Balance gucken, wenn du dich instellst, der ist wieder zu kurzen. Bei der Athletik, wenn du das machst, jetzt bin ich da ziemlich ausgewogen. Ja, wo hast du? Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas ist anders. Ja, es läuft ja. Die Reaktion und so ist schnell. Boah. Aber ich treffest du ja nicht. Ja, das hat sich nicht geändert, ne? Ne, scheiße, ey. Ja, was hast du denn für Vorteile? Ich habe Flanke, weil ich habe ja offensives Mittelfeld ausgewählt als Spieler gerade. Flanke und Kopfball... Ja, genau. Kopfballbeherrschung, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie es genau geht, aber das... Kopfballgenauigkeit ist halt irgendwie... Ja, genau, das und Flanke. Und du, Dominik? Du hast dich länger eingestellt, ne? Du hast dich länger eingestellt gehabt, gell? Ja. Ja, das dritte Gap, glaube ich, wenn ich richtig gelesen bin, bei Level 18 oder so? Level 19. Ja, genau, ja. Steht auch bei mir. Alter, beide. Alter, beide. Spritzen sie daneben. Oh, leck, ey. Kann doch nicht woher sein. Ja, aber ich glaube... Abseits. Ne, ne, es war Abseits leider, da zu spät. Ich habe zwar direkt den Knopp getrickt, aber der hat mir, glaube ich, noch so kurz angenommen. Aber das mit den Vorteilen ist neu, ne? Das war in der FIFA noch nicht. Also war mir nicht bekannt. Okay. Ja, weil ich habe den Modus jetzt ja noch gar nicht gespielt. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Ja, aber... Man. Na. Also. ich habe gedacht er kommt durch hätte ich wahrscheinlich besser abgezauert das war gar nicht mehr farbe haben kommen zwar glaube ich der nachbar ich wundere die gehen die stadt shop und sind so früh daheim spiel zu spät abseits abseits spiele jetzt müssen wir früher wenn ich abspiele ja manchmal brauchen wir echt zu lang ja zieh 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 Achtung ich flanke kommt zu kommt zu kommt zu kommt zu kommt zu kommt zu ich bin 99 da müsstest du eigentlich wirklich in die mitte gehen ja eigentlich schon ja aber ich flanke ja schon ganz gerne ich mache das gerne so ja eigentlich für sich die mitte ja danke jawohl der kommt der kommt sie auch acht schätze aber jedes mal wenn du jetzt doch was macht was zu deiner fähigkeit gehört daher dieses bieb ja sowieso klingel bei mir ist das ja wenn ich jetzt so wie ich geflankt dann das ist ja da diese zusatzfähigkeit ja gut aber ich hab den fernseher auch ganz leise ach so gut ja ich hab den fernseher auch ganz leise ach so gut ja ich hab den ton auf dem kopfhörer deswegen ich hab ganz gut ja und da geht auch ober halt das lämsche an ich versuche in die mitte zu kommen ja gut da ich vorlagen serie kommt haben es wird wahrscheinlich erst bümmel wenn ich eine vorlage geben ja ja und flanke wahrscheinlich keine flanke ja gut aber es kann schon ein paar flanken an hier ist grau quasi kannst du auch nicht manuell aktivieren boah kacke ach sie war in der 84 minuten schön weg sind jetzt nur mit allen der ich habe dabei rot hat aber noch mal an oder da kann ich sogar lehne weiterspielen nur wenn ich wollte was jetzt abseits auch nähe das hat mich gefällt jetzt aber kein rot ja ich wollte jetzt stoppen sind noch fünf minuten wäre sie wohl die drei punkte da vorne erfordere ich jetzt eigentlich auch eine rote karte weil es war nicht eine rote karte ja wohl krass an hier kommen jetzt johann weg faule dem ich viel frisch sein gleiter durchspiel jawoll ich bin aus dem abseits gang mach ne jawoll geil ich habe zwei vorlage könnte ich verspieler des spiels kennen eigentlich nur eine vorlage eigentlich nur 7,9 das wundert mich bei zwei vorlage du hast nur eine vorlage du hast nur eine vorlage wie eine stelle war ja abraller ist gut genau das war nur die flanke stimmt egal du bist du spieler des spiels ja du bist du spieler des spiels das war ja du bist du spieler des spiels du bist du spieler des spiels du bist du spieler des spiels